wir betteln uns eine runde in diabolical free to play epic store und allein hier ein rum mal sehen was die jungs zu können mit budo und lindsay lieblingswaffe aber für euch reichen du willst also da oben hin ist ja die selbe wie wir mit sascha gespielt haben nein nein das andere ist die erste map die ich ausgewählt habe damit wir ein bisschen groß für dann kommt der morgen wunderschön wieso denn mit einer rakete stirbt aber das war einfach weil du ihn schon angeböllerter ist du ein verdammter bis zu blöd ist mit dem raketenwerfer zu schießen es gibt so ein maximum glaube ich dass dann auch nach und nach wieder runter geht ansonsten was haben wir denn so für waffen die short gun die schütgen was wieso hättest du zwei schütze mit 100 schuss ab? ich hatte rüstung ach fick dich also wenn du ganz voll bist mit leben und rüstung hast du glaube ich sogar 350 oder 400 für steckt sich einfach lauten lol der mit einem raketenwerfer man gesagt damit keine umgehen also kann ich nicht amortieren oh aaaaah war knapp wie platzt du noch 86 tschüss warst du full 200 lib ein paar movement fix die ich noch nicht raus hab die eben sind coming back aaaah man wieso spawne ich mit 125 wenn du ein kleiner mutterfucker bist so warte von die ist zu wenig zu wenig äh gesundheit die mucke ist geil ich hab ja keine mucke wieso hast du mucke lol ah ok du bist der typ ok oh warum geh ich runter oh das ist so dumm nein jetzt nicht mehr das läuft ja auch irgendwann ab das wär ja auch ne frechheit wenn nicht pizza? ich nicht machst du nix und mal kills ne ja genau so ist oh jetzt schaff ich den schock nice vielleicht liegt es daran dass ich immer im selben kreis laufe jetzt soll ich nicht sehen das ist echt zu blöd mit dem map boom ok du hast aber aber sehr wenig leben ich bin eigentlich gespawnt und mich hat noch keiner getroffen selbst gefrackt vielleicht ist die map für drei doch etwas groß da geh ich doch ok da hat doch noch wer geschossen na nein hier schießt noch keiner ja du haust ab sagt er bin ich auch uuuuuh kurz um die ecke irgendwie macht der immer noch einen jump mehr als ich will du warst da tatsächlich oder? nein ich war da nicht wo ist der? lass mich doch ganz schön trocken ich bin schon fast tot du bist fast tot? gut zu wissen scheiße ach ne da tu ich mir nicht an hast du selbst in die luft gejagt die arti hier kann ich selbst killen hier? ja klar mit der arti ja 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 und jetzt hast du dich nicht ok ich hatte relativ viel leben relativ viel am arsch ich hab grad gehört wir müssen hin wer ist wohin ja ach kacki hier gehts nicht weiter easy frag incoming diabolical incoming diabolical ups oh no easy snack alter was ein lucker ey easy snack ich muss weg von der musik nein oh was ist da passiert? der hat sich selbst in die luft gejagt vielleicht sollte man nicht mit dem raketenwerfer rumrennen wenn man das hat hast du immer nur diabolical? ne ne weil du so leuchtest ok nicht mehr das bin ich gar nicht das war ich ach so hast du das an ja ah das ist mein opster man der bruder das jetzt ich auch nicht ah wie viel klasse noch 31 31 richtig 31 31 so sind wir uns direkt einig spastis ja simon simon oh da kommt der nächste ab ihn maaaann hör mal ich hab nur die schrotflinte hör mal auf oh ich glaub ja noch auch ich glaub ich hab sogar weniger weil ich noch ein Leben von ihm einges assignment habe nul noذ j completely father tante na Cinho �� alter lindschi krasser dude es geht so ja kein zwei sekunden schon wieder tot dir ist klar dass man schaden kriegt in den grünen zeug es gibt sache nicht das kann der mit trefft ich doch was ist auch direkt neben dir fünf ich habe noch ein leben die weg ja abgesehen das wert dass du der behindern leiter Behindos Krasse Waffe No Ach komm du du Sorry Hehehe Hast du wirklich weggesnackt? Ja man Nein alter Da war ich mir ziemlich sicher, dass das mal ist Ähm Ah perfekt Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott sind wir scheiße ey Ist so Warum spielen wir nochmal Shooter mit dem Bruder oder das ist irgendwie Merkwürdig ne? Der ist da nicht so gut drin wie den anderen Ach lava nicht Ist so Lava kein Scheiß der Ich bin jedem Shooter überkrank Ja aber guck mal allein am Damage Der hat nicht Der Ich hab mehr Damage gemacht als der Der ist einfach ne kleine Abstauber Ja Shit Wolle ich doch nicht auch mal wie bist du Spinner Weg Boom Uuuuuh Ist da nicht noch eine? Ah schade Was ist das für ne Mucke alter? Kann sein dass er die letzte halbe Minute anzeigt Naja das ist halt bei der Linchi Der hat ne andere Mucke wenn er das aufnimmt Mhm Ich hab so ne geile ruhige entschläge Pedo Mucke Oh Scheiße Ich muss lachen Hä? Ich war so schlecht Keine Ahnung hab nicht drauf geachtet Aber nicht viel Ja man Ich hab ne bessere Trefferquote als der Linchi Ich hab mehr Ach ne ich wollt sagen Jeder hat mehr Damage gemacht als der Budo Aber ich hab nur ein bisschen weh gemacht Ich hab immer in der Situation Das war eine Runde Diabetical Glückwunsch an Budo Der alte Hacker Ja Vielen Dank Vielen Dank Bis zum nächsten Mal Haut da rein